Eins vorschlagen, wenn wir uns mit den Händen mal kurz weglassen und dann einfach die Arme um die Schülter und einfach mal nach unten gucken. In die Kamera? In die Kamera. Das erste Mal jetzt wieder seit Wochen hier in der Halle zu stehen und zu wissen, wir spielen gar nicht mehr in der zweiten Bundesliga, sondern jetzt ist es wirklich so weit, dass wir in der ersten Bundesliga spielen. Das ist ein unglaublich geiles Gefühl. Besser hätte die Vorbereitung jetzt auch nicht starten können. Ich meine, wir haben fast eine Stunde lang Fußball gespielt. Supergeil, jetzt kommen andere Gegner auf uns zu, das ist uns bewusst, aber wir freuen uns einfach nur wahnsinnig auf die neuen Ereignisse, die da auf uns zukommen.